Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von The Last of Us Part 2 Enjoy Journey? Okay Ähm, wir sind ja immer noch mit Abby auf dem Weg zu Owen Zum Aquarium oder Richtung Aquarium Da hinten Da müssen wir hin Sonst nicht nur irgendwie runter kommen Jetzt haben wir uns ja dummerweise Ein Gebiet voller Scar Begeben Also einfach mal eine komplette Scarlage So Haben wir hier ausradiert Dann gehen wir mal runter hier, da So, wie ich sehe, hat es nicht gespeichert Die ganzen... Achso, ich bin im Erdgeschoss Ah, okay Die ganzen Sachen aufgenommen hat Also mit so unseren Scheiß, meine ich Hm, hm, hm Ich glaube, hier war aber auch nicht mehr so viel Was man hier aufnehmen konnte Brechstange Ja, komm, die Brechstange Gut, dann werden wir uns mal ins andere Gebäude begeben Hup 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 Ich glaube ja nichts passiert, weil hier eine Kante ist Hm, hm, hm Hm, hm, hm So, 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 so Wart ihr bitte denn hier noch so Ich glaube, der Gebäude ist ein bisschen größer So Ah, vollem Brett Vielleicht doch doch mit so dem Kantholz Küchen Ich glaube eh zu viele gibt es ja noch immer Ich glaube eher zu viele gibt es hierore auch nicht mehr Wow. Entspannend. Kann man mal nach unten gehen. Nach hinten, da haben wir noch was. Kleewand. Ach, das ist gar keine Tür. Das wäre ne Tür. Ist nix. Aber voll. Ja, nach unten gehts nicht, dann sterb ich. Dann komm wieder hoch. Ach so. Jetzt muss ich runter zur Straße. Ja, aber ich geh jetzt erstmal hier hin. Wenn ich da... Okay. Wow. Bats. 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 Vier Monate zuvor. Owen. Owen. Hey. Hey. Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein. Nein. Und... Was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Hat sich schick gemacht hier. Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Was hast du gemacht? Naja. Ein paar Pflanzen entfernt. Hey. Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Ähm. Der Style ist auch hier? Ja. Draußen mit Mel. Ob kann ich das Ding schütteln? Ja. Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut? Äh. Größtenteils ja. Ich mein, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh. Hinter deiner harten Schale. Steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Der hat sich ganz schön eingerichtet hier, wa? Du überstreichst doch nicht etwa Max Wandbild. Ich verschönere es. Das ist echt ein Aufstieg von Firefly Graffiti. Oh. Hast du schon von dem neuen Firefly gehört? Ex-Firefly. Tja. Sie hat gehört, dass sie sich in Santa Barbara sammeln. Hatten sie auch irgendwelche Beweise dafür? Nein. Ach echt? Und jetzt? Ich habe jetzt mal das Dach repariert oder so. Irgendwie provisorisch. Willst du ja auch nicht so rein schnallen. Das ist... tropisch. Wo hast du das her? Weißt du noch der Partyladen am Highway? Es war ganz schön schwierig das Ding bis hierher zu kriegen. Wo war denn nochmal die... die Höhle? Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Sei ganz locker. Nummer eins. Ich bin stolz auf dich. Sei geschafft. Aber noch nicht alle. Oh, gut gemacht. Heilige Scheiße. Fünf. Hast geschafft, Erbs. Hey, Vorsicht mit der Kunst. Was? Davon wird's nur schöner. Hautsch. Also, es tut mir schon weh. Brauchst du ja noch welche? Ich bin gerade ziemlich stolz. 30 Sekunden. Du brauchst nur noch eine. Nicht verpassen. Verdammt, du hast es geschafft. Du hast die meisten Punkte. Ich hab noch Zeit übrig, stimmt? Ja, aber... Ich hab noch nicht verloren. Nur noch 10 Sekunden. Geschafft. Beim ersten Mal. Wie gefällt dir das? Ja, ganz toll. Du kannst einfach alles. Sei still und schreib meinen Namen auf. Mach ich. Später. Hast du Angst, dass Mel rauskriegt, dass ich hier war? Nein. Das ist dir egal. Dann schreib meinen Namen auf, Owen. Okay. Ganz ruhig. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Nein. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Das ist sogar noch cooler. Komm schon. Nach dir. Hast du das alles gemacht? Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Und jetzt? Probier das. Und? War schöner Aussicht. Oh. Na klar. Von Nausinn. Soll ich ihr verliegen? Ja. Natürlich. Sie ist, äh, verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag. Also, das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass wir das machen. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Hab ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich hab Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay. Aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist. Stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mail eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam. Klar? Klar. 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 Tja, sie hat ihre Waffe hergekriegt. Ah, ist doch die Trailer-Szene, oder nicht? Aufruhe. Aufruhe. candy. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.